Hallo und willkommen bei der vierten Ausgabe von meinem Vlog. Heute werden wir uns ein bisschen mit einer heiklen, dafür aber umso spannenderen Frage auseinandersetzen, nämlich der Frage dessen, was das Völkerrecht, also das, worüber wir an dieser Stelle die ganze Zeit reden, denn eigentlich ist. Im simpelsten Sinne ist das Völkerrecht das Recht, das die Beziehungen von Völkerrechtssubjekten untereinander regelt. So simpel, so gut. Man merkt aber vor allem im Vergleich mit dem innerstaatlichen Recht, dass es ein paar Besonderheiten aufweist, die manche sogar so weit gebracht haben, dass sie gesagt haben, das Völkerrecht ist eigentlich gar kein Recht im eigentlichen Sinne. Wo finden wir diese Besonderheiten? Einerseits bei den Rechtsquellen, andererseits bei der Rechtsdurchsetzung und zuletzt auch bei denen, eben genau bei dem Begriff der Rechtssubjekte. Besonderheiten bei den Rechtsquellen, wenn wir uns da den zentralen Rechtsquellenkatalog anschauen, nämlich Artikel 38 vom IDH-Statut, fällt uns auf, dass da zwei Rechtsquellen, vor allem zwei Rechtsquellen sind, die wir im innerstaatlichen Recht nicht kennen, beziehungsweise nicht in dieser Bedeutung. Einerseits das Völkergewohnheitsrecht, das zumindest in Österreich oder allen voran in Österreich, aber auch im kontinentaleuropäischen Raum ziemlich marginalisiert ist. In Österreich, manche sagen, es ist Gewohnheitsrecht, dass die Polizei eine andere Sirene hat als beispielsweise die Feuerwehr. Im Völkerrecht spielt das Völkergewohnheitsrecht eine ganz zentrale Rolle. Das führt auch dazu, dass sehr oft sehr emotional darüber diskutiert wird, was denn überhaupt Völkergewohnheitsrecht ist, beziehungsweise welche Regel überhaupt Völkergewohnheitsrechtlichen Charakter hat. Gleichzeitig finden wir da auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze, also Grundsätze, die sich in allen Staaten befinden. Und zu guter Letzt auch die Verträge, genannt Übereinkünfte, Covenant Charter, wie auch immer man sie jetzt im Endeffekt nennen möchte, die auch zeigen, dass die Völkerrechtssubjekte sich im weitesten Sinne ihr Recht selbst schaffen. Es gibt nämlich keinen Weltgesetzgeber, es gibt auch kein Weltparlament, keine Weltregierung. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, dass wir eine dezentrale Rechtsfindung haben. Soll heißen, weder die Generalversammlung noch der Sicherheitsrat sind in irgendeiner Form, grundsätzlich in irgendeiner Form, Gesetzgeber. Den dezentralen Charakter vom Völkerrecht finden wir auch bei der Gerichtsbarkeit, beziehungsweise der Rechtsdurchsetzung. Es gibt auch kein Weltgericht. Auch wenn man den IGH so nennt, muss man dazu sagen, dass die IGH keine obligatorische Gerichtsbarkeit hat. Staaten müssen sich, obwohl sie, wenn sie UN-Mitglieder sind, ipso facto, also automatisch auch Mitglieder vom Statut des Internationalen Gerichtshofs, trotzdem eigens unterwerfen. Ohne eine Unterwerfungserklärung kommt man nicht vor den IGH. Und bei der Exekutive, es gibt auch keine Weltpolizei als Abschluss. Selbst wenn man die USA beispielsweise oft so nennt, sind sie keine Weltpolizei in dem Sinne, dass sie jetzt exekutiv Macht in irgendeiner Form hätten. Auch die Vereinten Nationen sind keine Weltpolizei. Da sind Staaten über weite Strecken darauf angewiesen, einander zu koordinieren, beziehungsweise auf Selbsthilfe. Einerseits durch Retursionen, also unfreundliche Akte, die für sich genommen nicht völkerrechtswidrig sind, vor allem der Abzug von einem Botschafter fällt einem da ein, aber auch Gegenmaßnahmen, also eigentlich völkerrechtswidrige Maßnahmen, die aber dadurch gestattet sind, dass sie eine Reaktion auf eine vorangegangene Völkerrechtswidrigkeit sind. Das Völkerrecht müssen wir auch, und das ist der letzte Punkt, wo es sich ganz besonders vom innerstaatlichen Recht unterscheidet, müssen wir auch im Lichte dessen sehen, dass die Rechtssubjekte ganz was Eigenes sind. Das sind natürlich in erster Linie Staaten, dann auch natürlich ganz zentral internationale Organisationen und dann zusätzlich sehr viele andere Akteure, wo das nicht ganz klar ist, wie viele Rechte, beziehungsweise wie weit die Völkerrechtssubjektivität von denen geht. Individuen, vielleicht NGOs, multinationale, beziehungsweise transnationale Unternehmen, nicht staatliche bewaffnete Gruppen, dann staatsähnliche Gebilde, wo das nicht ganz klar ist, sui generis Objekte und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht auch, es gibt unterschiedliche Formen von Rechtssubjektivität und dementsprechend auch unterschiedliche Handlungskompetenzen, beziehungsweise unterschiedliche Rechte und Pflichten. Aufgrund all dieser Besonderheiten sind so manche sogar so weit gegangen, dem Völkerrecht seinen Charakter als Recht im eigentlichen Sinne abzusprechen. Vor allem der Name John Austin und seine Schrift The Province of Jurisprudence Determined aus dem Jahr 1832 fällt einem da ein. Da müssten wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Rechtstheorie wagen, zu der großen Frage, was ist denn eigentlich Recht? An dieser Stelle sei jedenfalls gesagt, dass das Völkerrecht natürlich, wie wir gesehen haben, so einige Besonderheiten im Vergleich zum innerstaatlichen Recht aufweist, aber deswegen noch nicht seinen Charakter als Recht verliert. Es ist mehr, um es beispielsweise mit Georg Jelinek auszudrücken, anarchisches Recht. Soll heißen, es gibt keinen Überstaat, der eben für die Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung sorgt, aber deswegen muss man noch nicht so weit gehen, um zu sagen, dass es überhaupt kein Recht darstellt. Es ist eher so, dass, wie es beispielsweise Louis Henkin, aber auch so manche große Namen des Völkerrechts festgestellt haben, dass Staaten sich die meiste Zeit redlich bemühen, das Völkerrecht einzuhalten. Es ist vielmehr so, dass es uns natürlich auffällt, wenn es nicht eingehalten wird. Aber das gilt für das innerstaatliche Recht genauso. Auch das innerstaatliche Recht stößt an seine Grenzen, öfters an seine Grenzen, vor allem in Extremsituationen. Beim Völkerrecht ist das natürlich dann der Fall, wenn vitale Interessen von Staaten verletzt werden. Man denke vor allem an Kriege, an geopolitische Interessen und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen wird das Völkerrecht trotz eines dezentralen, anarchischen Charakters meistens eingehalten. Ich hoffe, ich konnte euch eine kurze Einführung darin geben, was das Völkerrecht denn eigentlich ist, wo seine Besonderheiten liegen und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Da wird es dann ums Gewaltverbot gehen. Das ist dann ums Gewaltverbot gehen.